Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und jetzt hat er von neuen Jägern gesprochen. Weiß nicht, ob er die meint, aber die habe ich schon. Man weiß es nicht. Ich überlege gerade, ich kriege ja kein Turbolaserzeug mehr rein. Was kann ich noch machen? Okay, dann machen wir den. Das ist natürlich jetzt schlecht. Hier unten brauchen wir keine. Und hier unten brauchen wir jetzt erstmal auch keine. So, ist das bei Kali einfach nur nicht zu sehen? Das schreit ja schon fast nach Autoresolve. Aber wir kennen die Berechnung. Die Berechnung ist nix gut. Eine leere Map. Dann machen wir das an und dann sehen wir nämlich, ab wann wir nicht mehr Einheiten spawnen können. Und dann holen wir den Rest rein, falls da noch irgendwer da ist. Ja, Commander. Los geht's raus. Warum sind da diese Lieder denn Dinger da schon wieder? Los geht's. Engaging me in. Getting a lock. Intercepting. Danke. Noch mehr davon. Ah, das wird mir langsam zu nervig. Ah, hier, guck mal. Komm, dann nehmen wir den auch noch mit. Und da ist es. Ja, müsste Verstärkung sein, glaub ich. Ungefähr so hab ich mir das gedacht. Wenn jetzt die Bodenoffensive auch noch so läuft, wär bombastisch. So, dann holen wir die mal mit hier hoch. Hier fehlt jetzt AT-AT. Ich wollte nämlich überall einen stehen lassen. Unit in production. Und das wollte ich abbauen. Und jetzt habe ich kein AT-AT, wobei da kommt gleich das gut. Weil ich muss ja die Forschungsstation hier noch hinstellen. Vision mark updated. Prototyp. Warte, 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 warte. Ähm. Den Imperator oder Lemelisk to dem markierten Planeten. AT-AT ready. Ja, dann nehmen wir doch Lemelisk. Ach nee, das bin Essada, warte mal. Der war hier, ne? Departure Vector set. Das war wieder ein blödes Geräusch. Auf der Weg. Auf Malister, die ist einer, siehste. Firing. Auf der Weg. Wir laufen weg. Und? Warum passiert nix? Achso, 15.000. Ja. Gut, wir brauchen erst noch Geld. Achso, Mensch, ich müsste eigentlich hier mal den Venator auch aufwerten, hm? Habe ich das denn hier alles? Gar nichts habe ich da. Space Defense Failed, was? Ah, verdammt, ich wollte irgendwo was bauen, ne? Ich habe es vergessen. Ja, soviel dazu. So, gleich haben wir die 15.000 voll. Da sind sie. Wahrscheinlich muss ich den Typen jetzt nochmal hoch und runter machen. Successful, okay. Okay. Victory 2 Sternzerstörer erhalten. Da ist jetzt... Brauche ich den jetzt da noch? Was macht der eigentlich? Produktionszeit für alle Einheiten und Strukturen ist um 20% reduziert. Ja. Also dann ab zurück zu den AT-ATs. Transport klärt. Die brauchen eh schon Ewigkeiten. So, Aufwertigkeit dem nicht. Noch nicht zumindest. Da fehlt mir immer noch ein AT-AT. So, wenn der noch nicht fertig war. Oder ist das der, den ich bestellt hatte? Kann schon sein, ne? Gehen wir mal da rüber. Aufwertigkeit. Auf Aridus könnte der auch mal weg da die Korruption. Moment mal. Korolak hatte ich da sonst meine Hellen. Die sind weg. Das gibt jetzt einfach so viel Zeug gerade. Ach hier, guck mal. Bestion hat auch nicht so viel Zeug. So, dann gucken wir mal. Hier ist gelb und dann gibt es auch noch rot. Okay, interessant. Das sieht aber ganz nett aus hier, ha? Ich dachte, die Bäume hier. Diese alten 2D-Bäume. Jetzt musst du schießen. Roger. Warum unterstützen die, äh, die Black Sun? Oh, das war doch ein bisschen Aua. Guck mal hier. Guck mal hier. Bist du. Und ich kommandiere dich. Hallo? Ich will sie verletzt. Wir müssen diese Rebellion enden. Ah, da war er. Oder ist immer noch einer. Ja. Das ist ja nichts. Okay. Haha. Ich bringe... ...Darkness. Ich dachte, Peace. Der Fehl ist umgekehrt. Äh, finde ich mal den. Die oberste Direktive. Gehen da jetzt. Die oberste Direktive, ja. Kein Kontakt zur Zivilisation unter Warpniveau. Der Destinie liegt unter meinem Ruhl. Bereit für die Kommandung. Gehen in die Position. Der Zeit ist gekommen. Sehr gut. Die oberste Direktive. Direktive. Ich bin bereit. Die Artillerie hat einen guten Job gemacht gerade. Die Lockerweiser will happen. Die Lockerweiser ist vorbei. Die Lockerweiser ist vorbei. Ja, Kommandor. Gehen nach Koordinatoren, Formup. Keep going, wir coveren Sie. No one commands me. It will be done. Ich bin. Bombing run available. W-W-P. Awaiting your orders. Open fire. Attack that target. What? I shall crush the rebellion. No one's a back. Ah, gut um die Ecke geschossen. Ah, gut um die Ecke geschossen. Ah, gut um die Ecke geschossen. My copy. Vengeance is ours men. The spirits of our fallen brothers will sleep soundly tonight. Mhm. So, ich muss aber eigentlich das mal bauen tatsächlich. So, dann flieg du schon mal nach Maegito rüber, weil da ist ja nicht viel zu tun. So, du musst mal da die Korruption weg machen. Das ist so ein bisschen die Frage, ob es funktioniert, wenn ich jetzt gleich alle Sternenzerstörer reinhaue. Oh, sieht auch gut aus. Ob er dann einfach auch schon sagt, äh, Rückzug. Dann machen wir hier so eine Kette nach vorne. Na? As you wish. The enemy has been spotted. Fixing course. Awaiting your orders. This way. Awaiting your command. I find your lack of faith disturbing. Your command sir. Na? Noch nicht. Was ist eigentlich hier oben? Muss man das einnehmen? Ja, da kommt lilanes Zeug. Ah, zählt da nicht? Die ganzen Sternenzerstörer zusammen? Na ja, schade. Ja. Ja, da ist es. Ach guck mal hier, doch ein paar zusammengekommen, Mensch. Aber wollten sie trotzdem nicht. Dürfte eigentlich nichts von übrig bleiben, weil waren ja keine reellen Schiffe gewesen. Oh, diesmal sind ja sogar ein paar Raketen im Bild, Wahnsinn. So, die zwei lassen wir auch wieder hier unten. Was ist denn hier? Hier kann man ja fast nichts bauen. Ach so, Mensch. Ja, ist schon lange dabei. Hier kann man wirklich nicht viel bauen. So, alles was die hier nicht haben, hilft mir. Das ist doch auch eine Original-Map, wenn ich mich recht entsinne. Mal gucken, ob es hier irgendwelche Punkte zum Einnehmen gibt. Ja, da. Ja. 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 Was hast du warten? Annihilfe? Ach so, nicht. Nichts. Nichts. Ach so, nicht. 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 Abs okay. Turret Constructing. Komm mit mir. Was ist Ihr order? Turret Constructing. Moving Numbers! Fallback! Fallback! Wir können das nicht nehmen! Nicht vergessen, dass Sie noch nicht servieren können. Anwesprayung. Wollt ihr die Reinfehlungen. Objektivung. Destination set. Rags, rags! Objektivung. 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 Auf der Weg. Turret Constructing. Die Arzt ist Ihr ally. Begegen. Lauf nicht zu weit vor, Junge. Ist nicht gut für Deine Gesundheit. Turret Constructing. Soldiers, ready for command. Construction complete. Standing by for your command. Soldiers ready, sir. What is thy bidding at last? Follow me. Turret Constructing. Ah, guck mal was da ist. Wofür? Wofür brauchen die einen Schildgenerator? was da ist, dass du nicht machst. Wofür brauchen die erste. Wofür brauchen die anderen Schildenerator. Wofür brauchen die erste. Wofür brauchen die drei дома. Die Verkaufung ist fertig. Was ist Ihr ordentlich? Kein Feuer! Ja, Sir. Ja, Sir. Targeting at maximum Feuerpower! Wir sind auf Ihren Mark. Wir nehmen Feuer! Wo ist denn der Apparator? Warum bist denn du da? Wir können das nicht umgehen. Der Zeit ist stark. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Wir haben keinen Interest in ihn. Wir nehmen ihn! Der Zeit ist stark. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Fall back. Fall back! Not while you can. Engage against firefighter. Sporting Interest. Constructing. Golden-threading service. Sporting casualties. What are your orders? Moving to that position. Let's go! Yes, sir. Bombing run available. Let's be reinforced. So, dann gucken wir doch mal. Da haben wir doch bestimmt wieder diese komischen Baracken, die eh nicht viele Truppen spawnen, ne? Ja, das sieht doch auch gut aus mit dem AT da unten. Haufen Truppen, die da reinkommen. Sehr gut. Ja, dass diese Fläche da so groß ist, hat den Umstand. Ähm, es gibt ja verschiedene große Gebäude. Man muss die Karte halt natürlich so bauen, dass die da alle rauf passen auf die Bauslots. Sehr schön. Der Tag ist aus. Ha, ha, ha. Ach, und das hat Sitter gar nicht alles, ja? Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber warum nicht? Planetary Control achieved. So, jetzt haben wir wieder kein Geld. Aber kommt gleich. AT-AT ready. Sehr schön. Brauchen wir auch. Müssen wir ja gleich schon, äh, den nächsten Planeten wieder sichern. Und das war's hier für diese Folge. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und lasst es euch gut gehen. Tschüss.